Aufzeichnung. So, ja herzlich willkommen zu einer kleinen, ja live Session ist es nicht, es ist aufgezeichnet, aber herzlich willkommen zu einer kleinen Rocket League Session und ich bin heute nicht alleine, das dürfen sich jetzt erstmal die Herren vorstellen. Ja, jetzt ist der Alex. Genau, der Alex. Ja, und einer fehlt noch. Ja, Uwe hier, hallo. Oh, der Uwe, der Uwe fehlt. So, jetzt kriege ich eine Einladung, die nehme ich jetzt auch gleich mal an. Wir haben jetzt gerade übrigens irre lange hier mit dem Sound rumgebastelt, also ich hoffe, es funktioniert gleich ohne Probleme oder irgendwas ist nicht zu laut oder zu leise. Ja, egal, ich habe es gerade mal ein bisschen getestet, schauen wir mal. Machen wir mal, komm, auf und auf. Alle in den Hauptmenü, Jungs. Sind wir auch alle gleich? Ne, sind wir nicht, ne? Ihr habt... Mariachi-Food fehlt uns. Hier, die Lackierung muss ja so ein bisschen hier, ne? Genau so. So, Suche läuft, Jungs. Machen wir den, 2-2. Ja, ja. Suche nach privatem Match. Was spielen wir denn eigentlich hier, Basketball oder... Basketball, ja. Ach, herrje. 2 gegen 2. Ja, wir können ja 2 gegen 2 normal und oder Basketball auswählen, oder? Ja, richtig. Also Tobi, auch gut. Wem spiele ich denn? Ich und Basketball, ich bin so... Oh Gott. Jawoll, ja. Tja, unglaublich. Tobi, auch gut. Ja, gar nicht einmal so. Im richtigen Moment, der richtige Ball treffen. Ja, den... Was? Im richtigen Moment, den richtigen Ball? Ja, ich... Geh, nur einen. Hallo. Vor allem den Ball überhaupt mal treffen. Boah, ich noch... Die Spannung steigt. Oh nein! Gar nicht. Der geht... Ja. Böse. Ohohoho. Hilfe. Hilfe. Das war alles zu schnell hier. So. Oho. Oho. Nicht getroffen. Die auch nicht. Ja. Mott tumult. Oh. Hä? Ach. Also Basketball ist echt schwer, muss man sagen. Ja, es ist total schwer. Das ist richtig. Der Ball ist einfach schwieriger. Aber manchmal geht es dann so leicht. Ja. Der Moment ist wirklich wichtig, wenn du den Ball triffst. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Na. Also man kann hier zur Info, man kann hier drunter fahren. Wow, ah ne, das ist das Falsche. Oh, ich... Oh, komm, 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 komm. Nein. Ach. Es gefällt mir nicht. Das war... Oh nein. Oh, schade. Weg, 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 weg. Oh. Komm, 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 komm. Nein. Nein. Ganz cool. Oh nein. Yes, 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 nein. Drüber. Wie oft geht denn der vorbei, bitte? Das kann sich schon mal so nie um. Oh, jetzt ist er hoch. Er ist hoch. Harry, tschönen. Ja, der Flieger, Harry, ist schluckend im Anmarsch. Gut. Oh, der ist gefährlich, der ist gefährlich. Oh, der ist es. Der ist es. Oh, der ist es. Hier ist mein erster. Mein erster Korb, aber ich glaube, so langsam, so langsam komme ich rein. Langsam. Ja, oder auch nicht. Voll daneben gesprungen. Ja, das Spiel. Die Spannung steigt das rein. Oh, der ist falsch. Danke. Oh. Ja. Oh. Oh, der ist so knapp. Ja. Oh. Komm, komm. Jo, jo. Und doch. Doch. Nein. Ah. Danke, nein. Oh, ja. Nein, 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 nein. Ja. Gott. Gott. Schön nachgesetzt. Nein, noch ein Wind. Oh, er ist okay. Was schon. Ah. Der war so gut drin gewesen. Ich schwör. Oh. Ja. Gut. Weggestupt. Was war ein Weggestupt? Achso. Kein Absichtlicher. Ah! Oh nein! Komm! Nein! Jetzt sie ab! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Oh nein! Ach scheiße, falscher Knopf. Boah! Boah! Oh, die hängt fest. Also ich bin wirklich ein vollen Noob im Bar. Es gibt, weil, muss man sagen, auch kein Profi in Rocket League. Also das ist so... Auslebe. Ach, schon wieder falsche Taste. Ich komme da noch nicht drauf klar. Also es ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Oh, die beiden. So, ich würde jetzt mal ganz kurz nur meine Aufnahme checken.